Was hat emotionaler Missbrauch, geworfene Stühle und Sex-Partys miteinander zu tun? Richtig, alles ist irgendwie Teil der Annie the Duck vs. Mauki-Thematik. Und darum soll es heute auch gehen, denn Annie the Duck hat ein neues Statement hochgeladen, in dem sie mit einigen Belegen ganz gut aufzeigen konnte, dass Mauki zumindest in Teilen nicht so ganz die Wahrheit gesagt hat anscheinend. Aber dieses Statement bezieht sich ausschließlich auf Mauki. Sie möchte auf keine anderen Vorwürfe eingehen und begründet das folgendermaßen. Und ich habe mich auch entschuldigt und ich verstehe auch, wenn ich kacke gewesen bin in privaten Zusammenhängen. Aber jetzt wird gelogen. Ich habe Beweise dafür, dass es einfach nur noch Lügen sind mittlerweile. Wenn jetzt öffentlich an mich gelogen wird, werde ich öffentlich das Ganze richtigstellen. Soweit, so gut. Als erstes in diesem Statement von Annie geht es um ein Ausraster von Mauki, den sie selber folgendermaßen beschreibt. Und dann habe ich auf den Tisch geschlagen und bin laut geworden, habe ihr gesagt, dass ich endlich sehen kann, wer oder was sie ist und bin gegangen. Ich möchte doch einmal ganz klipp und klar sagen, ich habe niemanden angegriffen, ich habe niemanden mit Sachen beworfen. Der Einzige, der unter mir leiden musste, war dieser arme, arme Tisch. Doch Annie LeDag erzählt diese Geschichte ein klein wenig anders. Mauki hat mehrfach aggressiv auf den Tisch geschlagen und ihr Handy auf den Boden geschmettert. Natürlich alles, indem sie wahnsinnig laut geschrien und gebrüllt hat. Und als ob das alles nicht schon verstörend genug ist. Ist sie aufgestanden, hat einen Stuhl gegriffen und in Richtung eines Gastes geworfen und diesen auch nur knapp verfehlt. Das war für uns alle sehr, sehr, sehr krass. Und hier würde ich tatsächlich vermuten, dass die Situation unterschiedlich interpretiert wurde. Mauki gibt ja selber zu, dass der Tisch unter ihr gelitten hat. Und vermutlich hat sie auch irgendwas mit einem Stuhl gemacht. Im Sinne von den umgekickt, umgeschmissen oder in irgendeine Richtung geworfen. Was sie vermutlich nicht beabsichtigt getan hat, ist, den auf eine Person zu werfen. Was vermutlich für Annie wiederum so aussah. Was allerdings schon in dem Statement von Mauki so wirkte, war, dass sie in diesem Fall die Situation ein wenig herunterspielte. Wo man sagen muss, hier verstehe ich die Argumentation von Annie etwas mehr. Als nächstes ging es dann um die Tabletten von Mauki. Diese hatte ja in ihrem Statement behauptet, dass Annie the Duck hinter ihrem Rücken verbreitet hätte, dass Mauki nicht die richtigen Tabletten bekommt und das gar nicht stimmen würde, weil sie gar keine Tabletten braucht. Jedoch konnte Annie the Duck jetzt in ihrem neuen Statement eigentlich ganz gut belegen, dass in älteren Chats bereits von solchen Tabletten gesprochen wird und auch Maukis damaliger Ex-Freund extra nach Deutschland fliegen wollte, um die Tabletten wieder zu besorgen. Also irgendwas kann da nicht ganz stimmen. Ich zeige euch einfach mal einen kurzen Clip. Am gleichen Abend haben wir überlegt, wie wir Mauki irgendwie helfen können. Klar war, sie braucht ihre Tabletten und wir haben wirklich alles versucht, um die so schnell wie möglich zu besorgen. Von einem Freund kontaktiert und meiner Schwester, die kurze Zeit später angereist wäre. Maukis Freund hat noch mitgeholfen, der sogar nach Deutschland zurückgeflogen wäre, einfach nur um ihre Tabletten zu besorgen. Und wir waren wirklich, wirklich, wirklich sehr besorgt. Wie ihr seht, bezieht sich der gemeinsame Freund darauf, dass ihr Wutausbruch eventuell passiert ist, weil es ihre Tabletten, die es ja angeblich gar nicht gibt, abgesetzt hat. Ohne ärztliche Absprache, was super gefährlich ist. Allerdings wurde Mauki-Statement auch davon gesprochen, dass Anni ihr eine bestimmte Form von psychischer Krankheit unterstellt hätte, welche Anni jetzt nicht beweisen konnte. Also hierbei muss man wohl etwas vorsichtig bleiben. Als nächstes zu dem Vorwurf, dass Mauki behauptet hat, dass sich Anni the Duck nicht um sie gekümmert hätte und sie kein privates Gespräch mit ihr wollte. Schauen wir da mal rein, denn Anni the Duck konnte tatsächlich ganz gut belegen, dass das so exakt eigentlich gar nicht stimmen kann. Also der gesamte Kontext ist, dass Mauki sich damals von einer dritten Person abgelehnt gefühlt hat und ich nicht wollte, dass sie in ein Loch fällt. Ja klar, ich habe Mauki gesagt, dass ich lieber zu einem späteren Zeitpunkt sprechen möchte, aber wie man an den Screenshots sieht, haben wir uns am selben Abend noch betroffen. Sie hat auch bei mir übernachtet und wir haben wirklich sehr, sehr, sehr lange geredet. Ich habe ihr zugesichert, dass ich ihr gerne helfen möchte, nicht mehr so einsam zu sein. Sie hat aber den kompletten Zusammenhang von diesen wirklich sehr, sehr langen Gesprächen nicht gezeigt. Hier ist einmal das ganze Gespräch. Sie hat sehr viel davon geredet, dass sie sich einsam fühlt und auch gleichzeitig beschrieben, wie sie mit sehr, sehr vielen Leuten jetzt Kontakt abgebrochen hat und sich abschottet. In diesen Momenten ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig mit Mauki zu reden. Das wusste ich und das habe ich versucht zu berücksichtigen. Und hier muss man schon ganz klar sagen, dass das einfach nicht ganz mit der Erzählung von Mauki übereinstimmen kann. Zudem gab es ja noch den Vorwurf, dass sich generell Leute aus Maukis Umfeld von ihr abgewendet hätten und auch das kann nicht so ganz stimmen. Sie wurde mehrfach von Freunden kontaktiert, wie man auch hier an diesen Chats sehen kann. Und sie war diejenige, die den Kontakt abgebrochen hat unter einer sehr, sehr, sehr unangenehm Nachrichten auch wieder und gesagt hat, dass sie nicht mehr kontaktiert werden möchte. Keine Ahnung, warum man über so nachweisbare Sachen lügen muss und das alles noch schlimmer klingen lassen muss. Meiner Meinung nach ist das alles ziemliches Braining. Kommen wir als nächstes zu der angeblichen Schmierkampagne, die Annie the Duck gegen Mauki gefahren haben soll. Und hier muss ich sagen, dass ich eigentlich von Anfang an schon den Vorwurf der Schmierkampagne, der von Annie ausgehen sollte und gegen Mauki gerichtet war, nie so ganz geglaubt habe. Mauki hatte für diesen Vorwurf in ihrem Video einfach zu wenig Belege gebracht. Aber Annie zeigt uns auch noch, worauf dieser Vorwurf aufbauen könnte. Diese Hetzkampagne ist, dass ich mit Freunden darüber geredet habe, dass es mir schlecht ging und dass ich mir Sorgen mache. Und hier kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen, dass Annie einfach mit Freunden darüber sprechen wollte, dass ihr diese Situation mit Mauki Angst gemacht hatte. Gerade, wenn sie hier sowas erzählt. Leider auch ein paar traumatische Erinnerungen aus meiner Kindertuch geholt, in der ich leider sehr regelmäßig mit Möbeln überworfen worden bin. Dann kann das Prinzip ja schon hart für sie gewesen sein und dann verstehe ich auch, dass man da mit irgendjemandem drüber reden möchte. Andererseits kann ich aber auch Mauki verstehen, welche dann aus dritter Hand gehört hat, dass Annie über sie erzählt soll, dass sie Stühle auf Leute wirft und so weiter, weil das vermutlich auch eine Situation war, die Mauki selber nie so wahrgenommen hat. Und nach Maukis Schilderung war dann Annie danach zu keinem Gespräch bereit. Als Beleg dafür zeigt sie diese Nachricht hier. Allerdings kann Annie the Dark das relativ gut widerlegen. Dieses Gespräch ist übrigens auch das, bei dem sie behauptet und bewiesen hat, dass ich sie geghostet habe, weil danach keine Nachricht mehr kommt. Sie hat gesagt, dass ich es ein Unding finde, dass sie nicht mit mir reden möchte und dass sie nicht für ihre Fehlergrade stehen möchte. Ich wurde geghostet. Der Vorwurf des Ghostings ist also auch eine Lüge. Wenn man angekündigt auf Abstand geht, dann ist das kein Ghosting. Ja, nachdem ich um Ruhe gebeten habe, hatte ich nicht mehr auf Nachrichten reagiert. Ich habe aber auch vorher sehr klar gesagt, dass ich mich zurückziehen werde. Also der Vorwurf an Annie the Dark, dass sie hier geghostet hätte, ergibt natürlich wenig Sinn, wenn sie bereits Monate zuvor selber geschrieben hatte, dass sie ab jetzt den Kontakt abbrechen möchte. Aber auch Annie äußert in diesem Statement nochmal einen direkten Vorwurf an Mauki. Was Mauki ganz vielen unserer gemeinsamen Freunde geschrieben hat, dass sie den Kontakt mit ihnen abbrechen muss, wenn sie noch Kontakt mit mir haben. Und das muss ich nicht mal beweisen. Das hat Mauki selbst getan, indem sie die Screenshots gezeigt hat. Und da reden wir übrigens von Dutzenden Fans. Und zu einem Überfluss war das nicht einfach nur ein Text aus heiterem Himmel von wegen, Hey, ich kann nicht mal mit dir befreundet sein, wenn du mit Annie befreundet bist. Was, wie schon seltsam wäre. Sie hat einen langen Text in eine PDF gepackt und als Rundmail geschickt. Und man kann es jetzt natürlich schon allgemein weird finden, dass sich Mauki überhaupt von gemeinsamen Freunden distanziert. Aber wenn es jetzt darum geht, dass man da wirklich überhaupt keinen Kontakt mehr haben möchte, gar keinen Bezugspunkt mehr, weil da was Schweres vorgefallen ist, kann ich das schon noch irgendwo verstehen. Was aber definitiv zu weit geht, ist dann diesem gemeinsamen Freund eine dreiseitige PDF zu schicken, indem man die andere Person schlecht dastehen lässt. Vielleicht in der Hoffnung, dass diese sich dann zu der anderen Person distanziert. Der Fairness halbe muss man sagen, wir wissen jetzt natürlich nicht, was in dieser PDF drinsteht. Aus dem Text darunter in der Nachricht geht schon hervor, dass es grob um das Thema geht. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, falls Mauki in ihrem nächsten Statement diese PDF veröffentlichen sollte. Aber jetzt kommen wir mal zu der Sexparty. Denn Mauki hatte ja Anni folgendes vorgeworfen. Bis hin zu einer Party mit extrem fragwürdigen sexuellem Inhalt. Aber ich kann euch einfach mal ein Clip von dieser Party zeigen. Das Video zur Sexparty startet in drei Sekunden. Drei, zwei, eins. Was? Ich bin so, was gibt es? Ich bin so, was gibt es? Ich bin so, was gibt es? Erstens, Konsent, wie geht es? Der Female Artist. Banger Präsentation. Das war Banger. Okay, das ist natürlich... ... mit extrem fragwürdigen sexuellem Inhalt. Kritisch könnte man natürlich herangehen und sagen, vielleicht war noch mal eine andere Party gemeint. Aber an sich wäre das ja nicht mal eine Lüge gewesen. Es wäre nur ein Umframing von Seiten Maukis. Denn sie kann diese Party ja für fragwürdig oder extrem fragwürdig befinden. Und der sexuelle Inhalt war ebenfalls gegeben. Lustig war dann auch dieses Detail, welches Anni hinzufügte. Wenn ihr euch die Bilder genau anseht, dann merkt ihr, dass Mauki tatsächlich die einzige Person war, die dachte, sie kommt zu diesem Abend mit so einem Ganzkörper-Latex-Anzug. Wir anderen hatten alle normale Klamotten an. Also vielleicht hatte sich Mauki einfach auf etwas anderes vorbereitet. Aber ganz kurz mal off-topic. Wie langweilig sieht bitte diese Party aus? Vor allem muss man sich da noch Tage vorher hinsetzen, recherchieren und eine PowerPoint-Präsentation machen. Gar kein Bock. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Denn warum so eine Aussage von Mauki hier gegen Anni schon ziemlich ekelhaft ist, zeigt sie ziemlich klar. Unreife Gags treffen auf dumme Kommentare. Aber das Tolle ist, was in der Öffentlichkeit dabei hängen bleibt, ist die schlimmen Sex-Partys von Anni the Duck kam es zu sexuellen Übergriffen. Ich, keine Ahnung, bin gerade irgendwie so ein bisschen sauer, fast schon, was das Thema angeht. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst verarbeiten soll, dass Leute gerade so über mich reden. Es ist mir maximal peinlich, unangenehm, schlimmstes Gefühl, dass meine muslimische Familie, von der Mauki auch weiß, und auch weiß, wie die mit solchen Themen sind, dass die nun Schlagzeilen über meine angeblichen Sex-Partys lesen müssen. Und wenn sich Mauki hier wirklich auf diese Party bezogen haben sollte, ist das ganz klar ekliges und bösartiges Framing. Ihr musste klar sein, dass das bei der Familie von Anni landen wird. Und solche Ergebnisse bei Google sind halt für Werbepartner auch nicht sonderlich anziehend. Aber beim nächsten Punkt wiederum kann ich Anni nicht so wirklich zustimmen. Ich spreche nur sehr, sehr, sehr unangenehm darüber. Ich habe das Verhalten von Mauki gegenüber einer, nicht drei, einer mir sehr nahestehenden Person mehrfach als sehr übergriffig empfunden. Das ist meine Auffassung, was das Thema angeht und diese hat sich bis heute nicht geändert. Aber die Erfahrungen von Dritten haben absolut nichts in einem YouTube-Video verloren. Deshalb werde ich jetzt hier auch auf Screenshots verzichten und das Thema sehr kurz halten. Es ist viel, viel, viel zu privat. Und es tut mir leid, Anni, aber du kannst einfach nicht das Gerücht über jemanden verbreiten, dass er Leute sexuell belästigt haben soll, weil du gerade mal das Gefühl hast. Und ich finde alleine diesen Vorwurf, den Anni ja zugibt, gegen Mauki geäußert zu haben, ziemlich ekelhaft. Aber mich würde spezifisch dazu eure Meinung interessieren, also schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und wenn ihr dabei seid, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Kommen wir aber mal zum nächsten Thema, denn da ging es ja darum, dass Mauki angeblich nicht Nein sagen kann und eine Chatnachricht, mit der Mauki belegen wollte, dass sie sehr wohl Nein sagen kann. Schauen wir mal rein. Aber auch genügend Beispiele als Beweise, in denen ich Anni Nein gesagt habe, wenn es um Meinungen ging oder um Streit oder... Es ging um, haltet euch fest, Dungeons & Dragons und wie wir es im Spielverhalten haben. Ich habe mal den ganzen Chat geöffnet. Es ist ziemlich klar, was da passiert ist von meiner Seite. Macht Pause, lest euch das durch und dann wisst ihr, worum es geht. Und hier muss man einfach sagen, dass es keinen Sinn ergibt, wie Mauki diese Nachricht als Beweis angeführt hat, dass sie angeblich gut Nein sagen kann. Denn die beiden reden hier über ein Spiel, Dungeons & Dragons, und haben eine unterschiedliche Auffassung davon, wie die Spielmechanik funktioniert. Also Anni stellt eine These auf und Mauki sagt, nein, das ist so und so und so. Wer von den beiden jetzt Recht hatte, kann ich nicht bewerten, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Aber es ist natürlich absolut kein guter Beweis dafür, dass Mauki Nein sagen kann, wenn man sie um irgendetwas bittet. Weil der Kontext einfach ein gänzlich anderer ist, ich denke mal, das versteht man. Kommen wir jetzt aber mal noch zu den Auswirkungen für Anni. Denn Mauki hatte in ihrem Statement das hier behauptet. Aber für mich war es halt eigentlich ziemlich klar, dass sie wieder weiterarbeiten wird und auch Geld verdienen wird. Weil wenn wir allein nach Amerika schauen, wo jetzt zum Beispiel eine Sniperwolf seit Jahren alle zwei Wochen gecancelt wird, dann weiß man eigentlich, dass das eigentlich nur eine Frage des Mindsets ist. Und das ergibt natürlich für sich genommen nicht so besonders viel Sinn, wie Anni hier auch ziemlich eindrücklich zeigen konnte. Natürlich wurde aber die Stimmung nachhaltig vergiftet. Aber eben nicht nur durch berechtigte Kritik, sondern durch Lügen und absurde Unterstellungen, die, wie ihr nun wisst, teilweise frei erfunden waren. Zuschauer werden öffentlich dafür attackiert, mich zu mögen oder mich zu unterstützen. Und ich habe in den letzten Monaten hunderttausende an Followern verloren. Also gecancelt werden ist halt einfach ein Spektrum. Und wenn man sich bei Anni The Dark einfach mal anschaut, wie viele Follower diese verloren hat und aktuell auch keine Kooperationen mehr bekommt, ja, dann kann man schon durchaus davon sprechen. Was dann natürlich nochmal besonders schlimm ist, wenn einige Vorwürfe nicht mal der Wahrheit entsprechen. Insgesamt kann man durchaus sagen, dass das Statement von Anni The Dark ziemlich stark war. Aber es gibt aktuell den Vorwurf, dass eine Sprachnachricht, welche sie gezeigt hatte, wohl fake sein soll. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Und dann meinte sie schon wieder, wie vorher auch schon, so, ja, es gibt gar keine Option aus der Regierung zu bringen, oder sich selber. Und dann hat er angeblich gemeint, so, ja, doch, Therapie. Und ein bisschen noch mehr ausgerastet, weil sie braucht keine Therapie. Alle anderen wollen Therapie, weil alles so schlecht war. Und er erzählt überhaupt, dass sie ihr Verbrechen ist in dem sehr kurzem. Und sie sieht zum allerersten mal klar in ihrem Leben. Also, man soll da angeblich hören können, dass irgendwie zwei Worte miteinander vertauscht worden sind. Und was man dank der Qualität sowieso nicht kann. Zudem würde der Satz grammatikalisch keinen Sinn mehr ergeben. Und Anni The Dark hätte das ja auch einfach neu einsprechen lassen können, wenn sie es eh gefakt hätte. Also, was denkt ihr zu dem ganzen Thema? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und folgt mir bei Instagram, Link ist hier on screen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.